Musik Vor rund 725 Jahren wurde die Stadt Rheinbach zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Dieses besondere Jubiläum nahmen die Freunde des Stadtarchivs, die Burg- und Stadtführer und der Tourismusabteilung zum Anlass, die Ersterwähnung Rheinbachs nach den Sommerferien mit einem Fest gebührend zu feiern. Zwischen Himmelroderhof und Rheinbacher Burg sollten die Besucher in die Zeit der Stadtgründung zurückversetzt werden. Um diese Zeitreise so authentisch wie möglich zu gestalten, wurde ein spannendes und unterhaltsames Programm geboten. Mittelalterliche Handwerker zeigten ihre Künste. Man konnte Bildhauern, Gerbern und anderen Handwerkern über die Schulter schauen. Historische Szenen vermittelten einen Eindruck vom Leben im Jahre 1298. Der Ritter von Rheinbach war nicht nur auf der Bühne bei einer der Vorführungen zu sehen, sondern zog auch durch die Straßen der Stadt. Kinder konnten sich beim Wappenmalen oder Stockbrotbacken spielerisch mit der Zeit des Mittelalters auseinandersetzen. Die passende Musik rundete das mittelalterliche Treiben ab. Das historische Stadtfest in Rheinbach war sicherlich nicht nur für Mittelalter-Fans einen Besuch wert, denn rund um das Burggelände gab es allerhand Wissenswertes über die Stadtgründung zu erfahren.